Hallo und herzlich willkommen Leute, ich bin's der Gordon und ihr seht gerade eine extra exklusive Verfolgungsjagd, ja. Wir haben da hinten zwei Helikopter, über uns ist ein Flugzeug und wir sind gerade in Desert Origins und wir werden gerade verfolgt, ja. Wir kommen von Sektor B, sind vollgepackt mit Waffen bis oben hin. Ich hab schon mein MG wehrgeschossen und das Flugzeug versucht uns die ganze Zeit zu rammen. Wir sind auf dem Weg zu unserem Lager, ja. Und jetzt sieht, noch sieht's gut aus, aber das Flugzeug nimmt halt immer wieder Anlauf. Das kennt ihr vielleicht, das ist halt das von Sektor B, das Große. Das war die falsche Richtung zurück. Wir will sterben. Wir, unser Pilot gibt gerade alles, jetzt drehen wir schnell ab. Oh, Alter, Alter, Alter. Alter, Alter. Okay, ich bin abgesprungen. Okay, ich bin abgesprungen. Okay, ich bin abgesprungen. Ja, Will, du bist doch da? Ja, klar, ich lebe doch noch. Ich bin doch im Held. Ich bin im Baum gelandet und blute. Okay, wir haben noch drei Magazine auf der Seite. Ich bin ausgelandet. Okay. Dann bring mal deine linke Arschhälfte in seine Richtung. Wer schießt denn hier? Ich schieß mit der, ich schieß auf Flugzeug. Hört auf zu schießen. Ich hab aufs Flugzeug geschossen. Wir treffen uns alle an der Burg, die abgesprungen sind. Da fliegt Shartox über mir, oder? Also, ihr seht, alles ist gerade ein bisschen aufgewühlt. Hey, da fliegt Shartox hinter mir, direkt über mir. Zur Erklärung also, der landet auf dem Burg. Lustigerweise sind wir gerade genau hier am alten Lager gespawnt, beziehungsweise ausgesprungen. Auf der Burg kann man nicht landen, man kann nicht nach ganz oben. Warte, 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 ich schieße ihm den Heckmotor weg. Ah, das ist ein Gegner oben auf der Brücke? Wir sind alle auf die Großkarte überwaffen, falls ihr welche beihabt. Hm. Besser. Alter, fuck you. Ich sehe das Ding nebenher. Ja, ja, bleibt ruhig, wir treffen uns alle an der Burg. Okay. Der will noch am Leben. Ja, klar. Wir sind noch da. Ich kann ja wenigstens fliegen, im Gegensatz zu dem. Ich musste abspringen, das sah mir so knapp auf der Seite. Moment mal, ich hab noch ein Auto hier stehen, das ist direkt bei mir. Ihr seid ja direkt an meinem Lager, ich kann mit dem Auto. Da komm von ganz weit links. Ich blieb jetzt wieder auf ihn zu.